Ja, Undank ist der Weltenlohn. Da hatte ich einem Hartz-IV-Empfänger ein erstklassiges Geschäftsmodell nahegelegt. In Form meines Ratgebers Super Profit mit Hörbüchern. Und der gute Mann hat es damit tatsächlich geschafft, vom staatlichen Arbeitslosenempfänger zum Selbstversorger zu werden. Mit weit über 2000 Euro selbstverdientem Geld im Monat. So weit, so klasse. Was aber, als ich ihn als kleine Gegenleistung bat, seinen vollen Namen als Testdominal nennen zu dürfen. Nun, ich erhielt eine saftige Abfuhr. Die klang etwa so, wagen Sie ja nicht, meinen Namen zu nennen. Damit machen Sie nur mein Geschäft kaputt. Das Geschäft kaputt machen. So ein Unfug. Ich gönne dem Mann seinen Erfolg. Ehrlich. Aber denselben Erfolg gönne ich jedem anderen Menschen auch, der beherzt anfängt und genau das tut, was zu tun ist. Wenn Sie, liebe Zuhörer und Zuschauer, genau dieselben Qualitäten mitbringen, dann sollten Sie sich nicht daran hindern, es diesem Ex-Sozialhilfeempfänger gleich zu tun. Lassen Sie sich helfen von meinem Ratgeber Super Profit mit Hörbüchern. Steigen Sie ein in einen Boom-Markt der Extraklasse. Lassen Sie sich zeigen, wie einfach es heute ist, hochklassige Hörbücher selber anzufertigen und erfolgreich zu verkaufen. Weitere Neuigkeiten finden Sie auf der www.erfolgsunion.de. Machen Sie es gut. Bleiben Sie stark. Ihr Wolfgang Grademacher. Machen Sie es gut.